Musik Liebe Airbauer-Fans, Tag 2 der Ankünfte, der Wettergott ist uns holdt. Wir haben gestern am Dienstag alle Flieger reinbekommen, die wir erwartet haben. Heute geht es richtig los, also viele Teilnehmer kommen heute, die beliebten Fretsche kommen und machen am Nachmittag auch ein Training. Wir freuen uns auch auf die B8 Poseidon, die von der US Navy nach Zelt bekommen und viele, viele mehr. Wir sind im Plan und hoffen, dass wir wirklich alle Teilnehmer, die wir für euch vorgesehen haben, heute reinbringen. Und einige werden auch trainieren.